Willkommen zurück zu The Division und zu einem weiteren Samstag-Shopping-Guide von mir. Und bevor wir loslegen, eine Kleinigkeit und zwar, es besteht ja immer noch Unklarheit darüber, warum ich den Blaupausenhändler nicht zeige. Es ist ganz einfach so, dass ich hier beim Blaupausenhändler euch ganz, ganz viele Sachen nicht zeigen kann, weil ich diese schon mal gekauft habe und dann bekommt man die beim Blaupausenhändler nicht mehr angezeigt. Deswegen kann ich euch leider den Blaupausenhändler nicht zeigen. Schaut also, wenn ihr im Terminal seid, einfach mal hier selbst rein. Ist jetzt keine große Sache oder bei Camp Clinton, da gibt es ja auch noch einen Blaupausenhändler. Und dann habt ihr Klarheit darüber, ob es denn da irgendwas Gescheites gibt. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zum Spezialausrüstungshändler, denn der hat schon ein bisschen was für uns und zwar vor allem hat er hier eine Energischbrust. Und diese Energischbrust, die bietet euch hier schon mal Schusswaffen, dann haben wir Fertigkeiten, Eile drauf, Lebenspunkte und Munitionskapazität. Bei der Energischwester ist es so, dass ihr mit jeder Heilung, die ihr bekommt, eine Überheilung generieren könnt, wenn ihr bei voller Gesundheit seid. Ist also wirklich eine gute Sache, vor allem in der Dark Zone ist es ja so, dass es mehr und mehr Hybrid-Bilds gibt und da könnte eine Energischwester durchaus in euren Bild hineinpassen. Es gibt noch eine weitere Energischweste und zwar ist die hier vorne bei The Firewall und zwar genau hier bei diesem Safehouse auf der rechten Seite, ziemlich mittig. Da bekommt ihr nochmal eine Energischbrust, hat ein bisschen andere Werte drauf, müsst ihr Lebenspunkte draufrollen hier beim Spezialausrüstungshändler. Da habt ihr schon Lebenspunkte drauf gehabt. Wie gesagt, schaut einfach mal, welche der beiden Westen euch besser gefällt. Ich stehe hier immer noch im Postamt, das heißt also in der Operationsbasis und zwar im ersten Stock hier vorne kommt man rein zur Tür und hier auf der linken Seite, wenn man reinkommt, stehen ja die Händler und jetzt stehen wir hier vor der Ausstattungshändlerin und da gucken wir mal ins Sortiment, denn die gute, die hat hier unten eine Leistungsmod, die ich euch gerne zeigen möchte. Und diese Leistungsmod, die bietet euch 5% ballistischer Schildschadensminderung, ist also wirklich eine gute Mod, wenn ihr mit dem Schild spielt als Defense oder als D3-Set und kann ich euch sehr empfehlen, diese Mod benutze ich selber bei meinem D3-Set und wenn ihr es haben wollt, dann schaut hier mal bei der Händlerin vorbei. Und jetzt befinden wir uns in dem Safehouse The Last Call und wo ist diese Safehouse auf der Map hier unten rechts? Da haben wir The Last Call und wenn wir hier bei dem Händler ins Sortiment schauen, dann finden wir hier einen Gewehrschalldämpfer Omega und der bietet euch 18,5% Kopfschussschaden, 4% kritische Trafferschaden, 3% kritische Trafferschance und obendrauf gibt es nochmal 46% verminderte Bedrohung. Wer so einen Schalldämpfer gerne hätte, der sollte hier bei The Last Call vorbeischauen. Und hier befinden wir uns in einer Schleuse zur Dark Zone und zwar ist es die Schleuse East, 40. Straße, also auf der rechten Seite hier an dieser Stelle, da befinden wir uns zur Zeit und wenn wir bei der Händlerin ins Sortiment schauen, dann haben wir hier unten eine Waffenmod und diese Waffenmod, die bietet euch 262 Schusswaffen, bei 267 hätten wir das Cap erreicht, höher geht es da nicht, also sind diese 262 wirklich keine schlechte Sache und dann haben wir im hohen Attribut nochmal Fertigkeiten Eile, das heißt also könnte man für all jene nehmen, die ganz gerne schnell ihre Skills wieder abhaben wollen und von daher ist es auf jeden Fall eine Mod, die ich euch gerne zeige. Und auch hier befinden wir uns in einer Schleuse zur Dark Zone und zwar ist es diesmal die East, 46. Straße, also etwas weiter oben wie eben und wenn wir jetzt hier bei dem Händler ins Sortiment schauen, dann haben wir hier ganz hervorragende Wildhandschuhe. Zum einen bekommen wir schon mal Schusswaffen und zwar 1211, dann haben wir das Wildtalent, da macht ihr 7% mehr kritische Trefferchance an Zielen außerhalb der Deckung, dann haben wir hier kritischer Trefferchance, ist in dem Zusammenhang natürlich auch wichtig, wenn man schon kritische Trefferchance bekommt, dann wollen wir natürlich auch kritische Trefferchance haben, dann haben wir nochmal MP-Schaden drauf und nochmal 5% kritische Trefferchance. Das heißt also, wenn ihr ein Hybrid-Bild spielt oder ein anderes Bild spielt, wo ihr diese Wildhandschuhe gebrauchen könnt, dann kann ich euch die wirklich sehr ans Herz legen, sind wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende Wildhandschuhe. Und hier befinden wir uns gleich nochmal in einer Schleuse zur Dark Zone und zwar ist es immer noch auf der rechten Seite, diesmal noch ein Stückchen weiter oben, East, 58. Straße und was bekommen wir hier bei dem Händler? Da bekommen wir einen Rucksack und zwar einen Rucksack mit dem Spezialisiert-Talent und da bekommt ihr abhängig von Schusswaffen und Ausdauer 200% mehr Fertigkeitenstärke. Ist eine gute Sache, wenn ihr ein Hybrid-Bild spielt und einfach nochmal ein bisschen mehr Fertigkeitenstärke rausholen wollt, um hier beispielsweise mehr Heilung zu bekommen oder ein bisschen was mehr für den Scan zu tun oder so. Und was bekommt man sonst bei dem Rucksack? Man bekommt ja schon mal Schusswaffen und zwar 1.152. Wir bekommen im hohen Attribut Lebenspunkte, die könnte man beispielsweise auch umrollen auf kritischen Treffer Schaden oder so lassen und hier vielleicht Ausdauer draufrollen, je nachdem, wie ihr den Rucksack eben gebrauchen könnt. Und im geringen Attribut haben wir Munitionskapazität. Das heißt also, wenn ihr so einen Rucksack gebrauchen könnt, dann solltet ihr euch hier bei der Schleuse East, 58. einfinden. Und damit sind wir auch am Ende des Shopping-Guides angekommen. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Schaut mal heute Abend, 20 Uhr, bei mir auf Twitch vorbei. Da bin ich live am Streamen. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und bis demnächst. Euer Lataan. Bis zum nächsten Mal.